Der Gräuel der Verwüstung ist die Anbetung des jüdischen Gott-Messias Anhand des Alten Testaments wird der Anti-Messias scheinbar beweisen, dass er der göttliche Messias ist, denn Satan ist ein Engel des falschen Lichts. Das antichristliche Wesen des Tieres kommt darin zum Ausdruck, dass es etwas für sich selbst in Anspruch nimmt, das allein für den wahren Christus gilt. Der Feind setzt sich also an die Stelle des Christus und lässt sich im 3. Jerusalemer Tempel als der messianische Gott anbeten. Der Tempel muss also vorher wieder errichtet worden sein. Diesen Gräuel der Verwüstung aus christlicher Sicht richtet das Tier nicht in Rom in der Stadt Babylon im Irak, New York, Berlin oder sonst irgendeiner Metropole der Welt an, sondern, wie Matthäus 24,15-18 zeigt, im endzeitlichen Tempel Israels, was ebenfalls dafür spricht, dass der jüdische Messias mit Babylon Jerusalem verbunden ist. Das sprechende, okkulte Götzenbild des Tieres ist der Gräuel, denn es wird im 3. Jerusalemer Tempel den Geist, d. h. die Schechina Satans empfangen und dort angebetet werden. Der Versuchung dieser Anbetung des Antichristus entfliehen allein solche in Israel, die in einer treue Verbindung zu Jesus Christus und zu seinem Wort der Wahrheit stehen, d. h. aus Babylon herauskommen, was dem Exodus Israels aus Ägypten entspricht. .. .. Untertitelung des ZDF, 2020